Jesus macht eine Hand gesund. Ein Wunder, das Jesus tat. Jesus war in einer Synagoge, das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. Dort waren einige Leute, die Jesus nicht mochten und ihn gerne angeklagt hätten. Sie brachten einen Mann zu Jesus, der eine zerschrumpelte Hand hatte. Dann fragten sie Jesus, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Jesus wusste, dass sie ihn anklagen wollten, wenn er dem Menschen half, weil es verboten war, am Sabbat zu arbeiten. Er fragte sie, was ist, wenn du ein Schaf hast und es am Sabbat in eine Grube fällt? Lässt du es dann bis zum nächsten Tag dort unten? Nein, du holst es raus, obwohl es Arbeit ist und verboten wäre. Dieser Mensch ist viel mehr wert als jedes Schaf. Dann drehte er sich zu dem Mann um und sagte ihm, streck deine Hand aus. Da wurde die Hand geheilt. Die Menschen, die Jesus anklagen wollten, waren so wütend, dass sie planten, Jesus umzubringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017